Kurz zum Autogramm, sonst fliegen mir einfach viel weniger Leute durch und ich bin mir schon wahrscheinlich sicher, dass in 45 Minuten Autogramm das nicht funktionieren will. Also jetzt ist er der Aragon, vierfache Weltmeister, Yamaha-Werksfahrer, Sieger vom großen Preis von Aragon, Jorge Lorenzo. Los geht's, also da ist der Jorge Lorenzo, letzte Woche noch in Aragon, jetzt hier, Jorge, very busy time for you of the year, last weekend in Aragon winning your first race of this year and I think it was a very special one, not only for the German television viewers, but also for you, because it's been a very important victory, the first one for you this year and I think it was a very, very nice one. Hello everyone, I'm very happy to stay here with you, and yes, as Alex said, in Aragon we won our first victory in 2014, so has been a long time without this victory from Valencia 2013, the last race of the year, and we were through a very complicated year, especially in the beginning with this crash in Qatar and my mistake in France. But little by little, we were improving both, the bike and also myself, physically and also concentration, and finally little by little, and especially the last races we finish in second place for races, and then in the last one we could get a victory, so very happy, and hopefully we can get another one before the end of the championship. Also, er sagt, es war kein leichtes Jahr für ihn, ganz klar, das Jahr hat angefangen nicht so fit, er musste sich körperlich, plüchisch da reinfahren in die Saison, und dann ging es halt gegen Mitte immer besser, hatte da gute Positionen schon bevor es nach Aragon ging, und dann in Aragon kam es dann endlich mal zum Sieg, er sagt, das war eine große Befreiung für ihn, fürs ganze Ziel, jetzt ist er endlich wieder da, wo er hingehört, und jetzt freut er sich natürlich auch auf die Überseerennen, weil nächste Woche geht es nach Japan, dann kommt Australien, Malaysia, drei ganz wichtige Rennen, und dann kann er natürlich so weitermachen. Für dich, ich denke, die Saison, wie du gesagt hast, jetzt geht es nach Overseas und versucht, dass es so viele Vierungen wie möglich ist, ist das möglich? Denn Motegi ist ein Honda-Country, es ist nicht so einfach für die Yamaha, aber dann Australien ist sehr gut für die Yamaha, also was erwartet, es ist ein sehr hartes Zeit, sehr stressantes Zeit der Jahr. Und ja, Aragon war wohl auch der schlimmste Tag für unsere Fahrzeuge, und mich selbst, aber letztendlich die circunstanziensten uns ein bisschen, und auch der mistake unserer Rivals, wir haben diese Zeit, vielleicht in der richtige Zeit, und auch war sehr competitiv, 2 in 3 oder 3 laps in der Räne Das war eine der Schläge der Wettbewerben Und wie du sagst, Motec ist auch eine schwierige Track für unsere Bind Aber letztes Jahr konnten wir die Wettbewerben Alles ist unmöglich, wir versuchen den Maximum zu erreichen Australien wird ein bisschen leichter Aber wir wissen nicht, mit Motorcykeln, MotoGP und Sport Aber in generell, manchmal ist das Team so zufrieden Und du musst dich aufhören Also er meint natürlich, nichts ist unmöglich Das muss man immer so im Kopf haben Aragon, eigene Rennstrecke, die nicht wirklich ihm passt Die nicht dem Bike gepasst hat Aber am Schluss natürlich auch durch Wetterbeginn konnte er den Sieg holen Und genauso geht er jetzt nach Übersee Er meint eigentlich auch Motivik, klar ist HAC Langkonda gehört die Rennstrecke Aber letztes Jahr haben wir dort gewonnen Australien sowieso ist eine Yamaha Rennstrecke Wo es ziemlich um Fahrbarkeit geht, um einen guten Fluss Und um gutes Chassis Da sind sie gut aufgestellt Und deswegen freut er sich jetzt drauf Da nochmal richtig anzugreifen Und vor allem um Sieg zu fahren Und ich glaube, das war ganz wichtig So, für dich, wie ist das Was ist diese Kampf dieses Jahr Within das Team? Weil du kamst zu MotoGP Du hast Valentino Rossi Elegst einen Elbowcheck Er war nicht mehr Er war Nummer 1 Und jetzt ist er zurück Jetzt ist er zurück Ist das etwas, was du erwartet? Oder macht das ganze Team Stronger Also? Ja Boths sind wahr Valentino ist stärker dieses Jahr Ich denke, er trainiert mehr Und er fühlt sich besser mit dem Fahrer von diesem Jahr als mit dem Fahrer von letztes Jahr Und auch, besonders in der Saison Ich war besser Ich war schneller Ich hatte Kontrollers um zu adaptieren Mit den Fahrern Mit den Fahrern Mit den Fahrern Mit den Elektronik Aber jetzt sind wir in einem sehr simileren Level Das Jahr hat mich In Ingaragon Ich war schneller am Wochenende Also Die Unterschiede ist weniger als hier Also er sagt Das ist natürlich wahr Anfang des Jahres Er nicht richtig fit Nicht super Rossi hat einen großen Schritt nach vorne gemacht Und dann musste er sich da wieder reinfahrten Und jetzt geht's so ein bisschen hin und her Misano Valentino schneller in Aragon Erf Biss mich nur sehr Begrüßen Sie mit mir einen richtigen Weltstar vom Honda Repsol Team Danni Petrosa Danni ist schon sehr lange im Motorsport aktiv Zweifahrter Weltmeister Dreifahrer manchmal sogar 49 Siege in der Moodle Triki Danni Du hast 49 in der Moodle Triki Also es ist eine große große Karriere Also Wie ist es für ein Honda Team Hallo Hallo Ich bin froh Ich bin froh hier Es ist meine erste Mal bei diesem show mit dem Publikum Ich bin froh Ich bin froh und die Frage ist es ist es ist es ist es ist immer ein ich bin froh und er ist sehr stolz natürlich so es ist ein es ist Das ist sehr wichtig. Aragon war sehr, sehr kompliziert für ihn. Es war ein Weg, denn wir lesen, er hatte auch ein Crash gehabt, hat aber keine Schäden davon, zu sagen, es wäre super. So, am nächsten Mal in der Boteke in Japan ein Heimlin von Honda. Was sind deine Erwartungen? Next weekend in Japan, so it's a home run for Honda, for yourself. What are your expectations? You very experienced in that, frankly. Yeah, I like the start very much. I enjoy, I enjoy this, 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 I feel, I feel good. And normally, it's a good race for, for, for Honda, because, you know, many people from HRC is coming down. What's the race? And, eh, well, last year we had our rival winning there, but we hope this time to be faster. Great. So, Danny, thank you very much for your visit. Vielen Dank für den Besuch. Jetzt möchte ich gerne mal hören. Ein Applaus bitte für Danny Bedrosa. Danni ist jetzt noch eine ganze Weile hier. Er wird hier auch Programme geben. Also, es gibt sich ein bisschen Geduld, aber Danny ist eine ganze Stunde hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020